Ich glaube, der Jukat ist das Geschenk von Papst Benedikt für Weltmittag 2008 in Madrid. In allen Rucksäcken ist ein Exemplar zu viel. Und das, was er gerade hat, kann ich nur sagen, lest ihn, studiert ihn, allein mit ihm, über das Internet, im Foren arbeitet er mit und freut er sich an.